Ja, willkommen zu einer neuen Episode der Fortnite Daily News. Heute ein kürzeres Video, es geht im Grunde nur um zwei Sachen und deswegen lange Rede, kurzer Sinn. Ich würde sagen, wir fangen mal direkt mit den ersten News an. Also erste News, die ich nochmal aufgreifen möchte, ist Epic Games Megasale. Läuft nämlich gerade auf deren Seite, beziehungsweise im Luncher. Und dort bekommt ihr für jeden Kauf, beziehungsweise für jedes Spiel, was 14,99 oder darüber liegt, 10 Euro Rabatt. Das heißt, ein Spiel, was 24,99 kostet, kostet nur 14,99. Richtig geiles Angebot auf jeden Fall. Deswegen schlagt er auf jeden Fall zu. Und wenn ihr da was kauft, dann würde es mich freuen, wenn ihr meinen Creator Code wenn Snipes nutzt. Dann bekomme ich ein bisschen was davon ab. Und ihr habt das Spiel sowieso, ist kostenlos für euch. Wäre super nice, wenn ihr das machen würdet. Müsst ihr natürlich nicht, aber wäre super cool. Richtig geile Spiele auf jeden Fall drinne. Oder auch Vorbestellungen, absolut nice. Und ich würde sagen, jetzt kommen wir mal zu den News, die ja ziemlich krass sind. Also, ihr wisst ja, es gibt einige Bundles zur Verfügung, beziehungsweise einige Bundles, die gekauft werden konnten. Wie zum Beispiel Iconic Skin oder sonstige Dinge. Das heißt also, ihr müsst Hardware kaufen, um ein Skin zu bekommen. Oder In-Game Vorteile zu bekommen, was V-Bugs beispielsweise angeht oder so. Und das Ganze wird jetzt wieder gemacht. Und zwar von Microsoft, beziehungsweise von Xbox. Und zwar gibt es ein neues Bundle. Mit der Xbox One S. Und das soll 299 Dollar kosten. Ich denke mal, das wird genauso umgesetzt werden in Euro. Und dort bekommt ihr das hier. Das ist erstens mal so eine lila Xbox. Wobei der Controller ganz geil aussieht, muss ich sagen. Der ist so schwarz, so dunkel, lila irgendwie so. Sieht nice aus. Trotzdem generell wieder so ein Bundle, wo ich sagen muss, ja. Weiß nicht, ob sich das lohnt. Das ist der Vertex Skin, der ja sozusagen lila gemacht worden ist. Passend dazu gibt es Forerunner, den Gleiter. Und Razors Edge, die Pickaxe. Das Set kennt ihr im Grunde schon. Nur ist es hier nochmal recolored. Das heißt also, hier nochmal eine lila Variante, passend dann zu der Xbox. Und es gibt wohl 2000 V-Bugs passend dazu. Das ist wohl gerade bestätigt worden. Ja, weiß nicht, ob sich das wirklich lohnt. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr von solchen Bundles haltet. Also meine Meinung kennt ihr dazu. Ich habe es schon öfter mal gesagt. Ich feiere das nicht so. Ich finde es geil oder ich würde es geil finden, wenn sowas vielleicht, wenn überhaupt, nur zeitexklusiv wäre. Das heißt also, solche Dinge, ich sage mal, je nachdem wie teuer sowas ist, beispielsweise bei einem Iconic Skin vielleicht für ein Jahr oder so oder ein halbes Jahr, dann wäre der für ein Jahr lang selten und dann könnte man den kaufen. Das wäre auf jeden Fall eine interessante Sache. Denn, ja, ich sage mal, ein Geschäft damit zu machen mit Seltenheit, das funktioniert aktuell und dadurch werden nämlich auch Accounts verkauft. Und da Epic das ja eigentlich verhindern will, sollte man sowas eventuell in Erwägung ziehen, das vielleicht nicht zu machen. Aber ihr könnt ja gerne mal eure Meinung reinschreiben. Was haltet ihr davon? Glaubt ihr, ja, so Exklusiv-Skins wie zum Beispiel von der Switch oder von der Xbox, was es ja bisher schon gab, oder Playstation, da gibt es ja auch einige für Playstation Plus-Besitzer, oder Iconic-Skins oder solche Geschichten, sind gut oder ist sowas schlecht? Glaubt ihr, es verhindert so ein bisschen den Account-Handel oder nicht? Denn ich denke, das fördert das Ganze und führt dazu, dass Leute auch über den Tisch gezogen werden. Das lese ich nämlich öfter auch mal bei Twitter, dass Leute da irgendwie Iconic-Skins verlosen oder dies und das und man muss nur seine Account-Daten hergeben und so. Ich glaube, viele Leute haben dadurch echt Schaden genommen und ihre Accounts verloren. Das ist natürlich super schade. Aber wie gesagt, schreibt gerne mal unten eure Meinung in die Kommentare, was ihr von dieser ganzen Geschichte haltet und vor allem, was ihr auch von diesem Bundle hier haltet. Lohnt sich sowas, überhaupt jetzt noch eine Xbox zu kaufen? Ist ja auch nochmal so eine andere Geschichte. Oder, ähm, ja, den Skin überhaupt zu haben, bin ich mir auch gar nicht so sicher. Ich glaube, ich habe den, es gibt hier auch irgendwie eine weiße Variante von der ersten Xbox oder so, von der normalen Xbox. Da gab es ja auch so einen Bundle von der Xbox One. Und da habe ich auch irgendwie so gut wie niemanden gesehen, der das irgendwie hat. Deswegen, ja. Wie gesagt, wenn es ein geiler Skin wäre, vielleicht aber so absolut gar nicht mein Fall. Wie gesagt, schreibt gerne mal unten in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und wenn ihr das Video cool fandet, lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Sub da. Unterstützt mich gerne mit dem Creator-Code, wenn es snipes. Und dann hören wir uns morgen wieder zur neuen Episode. Also, bis dahin. Ciao, ciao.